Hallo zusammen und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Staffel State of Decay 2. Ja ich hab mir gedacht mit dem Homecoming Update starten wir vielleicht nochmal eine zweite kleine Staffel, aber diesmal mit zwei, drei anderen, ich sag mal kleinen Neuerungen, vielleicht paar Anpassungen, schauen wir es mal. Aber auf jeden Fall schauen wir uns zusammen erstmal das Homecoming Update an. Willkommen im Trumble Valley. Mit dem Homecoming Update kehrt die Geschichte von State of Decay dorthin zurück, wo alles begann, in das idyllische Trumble Valley. Diese Karte ist in der Geschichte des Spiels bereits zweimal erschienen, sie war jedoch noch nie so wunderschön und detailreich und hatte nicht annähernd so viele Orte zum Durchsuchen. Ich glaube das ist auch die Karte die im Teil 1 vorkam, das ist ja schon State of Decay 2. Ich persönlich hab das State of Decay 1 nicht gespielt, aber halt, ja wie gesagt, State of Decay 2 ohne Ende gesuchtet. Und jetzt auch mit euch. Neue Hauptkarte. In Zukunft ist deine neue oder bestehende Gemeinschaft auch in Trumble Valley überkommen, wo du sechs neue Basen testen darfst. Schön. Schließe neue Missionen ab, die nur im Valley verfügbar sind. In einigen von ihnen wirst du auf bekannte Gesichter treffen, während du in anderen komplett neue Geschichten erleben wirst. Das haben sie ja bisher gesagt, das ist bisher hier untergegangen bei State of Decay 2, egal ob normal oder der Juggernaut Edition, dass diese Storys um diese Leute herum, fanden einige nicht so gut gemacht, weil es hat halt irgendwo Handlung gefehlt. Aber ich sag mal, ich fand es persönlich gut, weil natürlich du konntest für, du konntest alleine zum Schluss, wo wir die Baumeister Missionen gemacht haben, konntest du dann einen spezialisieren und genau der konntest du, in den konntest du tiefer eintauchen mit der Geschichte. Und das fand ich richtig gut, dass er zum Schluss, selbst mit seiner Story, im Prinzip die Basis dazu gebracht hat, oder beziehungsweise die Gemeinschaft, ja, dass die Gemeinschaft überleben konnte. Und das fand ich persönlich zum Schluss richtig, richtig gut. Dieses Mal machen wir das auf jeden Fall anders, dazu komme ich aber gleich. Neues Zeug. Entdecken neue Waffen und Outfits. Das ist das richtige Stichwort. Es gibt viele, viele neue Waffen und viele, viele neue Outfits. Outfits hatten wir gar nicht probiert, die hatten wir einfach nur gelootet, ausprobiert. Und dann haben wir festgestellt, richtig geil, aber wir haben sie nie angezogen. Ich denke mal, das werden wir hoffentlich in dieser Staffel ein bisschen anders machen. Wie gesagt, ich lerne ja auch nur dazu und einiges, was ich in der Staffel 1 noch nicht gemacht habe, beziehungsweise noch nicht mal ausprobiert habe, wo ich einfach nicht dran gedacht habe, das würde ich in der Staffel 2 gerne machen. Neue Missionen hatten wir. Neues Zeug hatten wir. Neue Kopfgelder. Das Trifecta-Paket bietet 12 neue Kopfgelder und 3 Sets aus passenden Waffen und Rucksäcken. Spielverbesserung. Um das Ganze noch zu toppen, werden wir im Zuge des Updates auch einige gezielte Verbesserungen implementieren. Richtig gut. Lies mehr Details, blablabla. Trumbull Valley im neuen Gewand. In State of DK2 Hurtland war bereits eine kleinere Version der Valley-Karte verfügbar. Das Homecoming-Update wartet jedoch mit einer größeren Version vom Valley für das Hauptspiel auf, die auch die Regionen Mountain-Zern und Fairfield umfasst. Jetzt können langjährige Spieler das gesamte Gebiet erkunden, das sie aus dem ersten Spiel kennen. Das heißt, auch für uns. Im Zuge dieser Umgestaltung, vom Valley zu einer Hauptkarte, haben wir auch die Landschaft und die Grafik an einigen Stellen überarbeitet. Aha. Dadurch konnten wir jede Menge neue Orte zum Plündern, neue Sehenswürdigkeiten zum Bestaunen und 6 neue Basenpunkte zum Ausprobieren implementieren. Sehr schön, die Trumbull-Saga geht hier weiter. Die Geschichten in Homecoming spielen sich zeitlich nach State of DK2 Hurtland ab und bilden den dritten Teil der Saga, die bereits mit dem ursprünglichen State of DK begann. Erkundet die neue Karte und findet herausplätschen Ausprobungen, wichtige Charaktere, Fraktionen und Ereignisse in den letzten beiden Jahren auf sie hatten. In Homecoming kehren viele bekannte Gesichter zurück, wodurch alte Rivalitäten wiederbelebt und neue Allianzen geschmiedet werden. Sehr, sehr geil. Wenn du die Geschichten der State of DK Year 1 Survival Edition und von State of DK 2 Hurtland noch nicht gespielt hast, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um genau das nachzuholen. Und genau deshalb sind wir hier. Aber keine Sorge, du wirst in der neuen Geschichte auch dann folgen können, habe ich schon richtig gelesen, wenn du dich nicht mehr an sie erinnern kannst. Geil. So, Trumpe Valley ist die erste Karte, auf der du Gegenstände finden kannst, die es nirgendwo sonst gibt. Um diese Items zu finden, musst du die Karte absuchen, Mission abschließen und mit den lokalen Überlebenden sprechen. Das ist ja mal richtig gut. Sehr geil. Neue Waffen. Auf der Karte kannst du 10 neue Waffen, wie die schnellfeuernde Skorpion, die moderne Blablabla und so weiter zu fortfinden. Neue Outfits und Hüte. Ein neuer Wurfsprengstoff. Wir haben die Karte außerdem mit Dutzenden entdeckbaren Erfahrungen versehen, über die du stoßen kannst. Von atemberaubenden Aussichten bis hin zu sonderbaren Anblicken, für die die ehemaligen Bewohner des Tals verantwortlich sind. Einige dieser Entdeckungen werden deinen überlebenden Kommentare entlocken, während sich an anderen nützliche Ausrüstung versteckt. Okay, okay. Wenn du zu den Spielern gehörst, die gerne jeden Winkel einer Karte absuchen, ja, ja, sehr gerne, dann hält Trumple Valley eine Menge Überraschungen für dich bereit. Ja, besuche Trumple Valley noch heute. Du kannst Trumple Valley und seine Geheimnisse erkunden, indem du eine neue Gemeinschaft gründest und Trumple Valley in der Kartenliste ausbildest. Du kannst aber auch zu einem Ausgang auf der Karte reisen und deine bestehende Gemeinschaft nach Trumple Valley umsiedeln. Wie auch immer du dich entscheidest, du wirst alles zu Gesicht bekommen, was das Valley zu bieten hat. Bestaunt, dass Refilkabacke sind, sind zwölf neue Kopfgräder, ja, genau. Unterscheidet sich wieder in drei thematische Gegenstände. Okay. Das bunte Lutsch-Pon-Pon-Set, das dekorative Edelmetall-Set und das moderne Rennwaffen-Set. Jedes Miniset besteht aus einer Nachkampfwaffe, einer Premierschusswaffe, einer Nebenwaffe und einem besonders leichten Rucksack. Die allesamt farblich aufeinander abgestimmt sind und deinen Überlebenden einen glorreichen Stil verleihen. Sehr schön. Schließe doch dazu noch die passenden Kopfgräder beim Kopfgrädervermittler ab, um diese zwölf neuen Gegenstände zu erhalten. Es gibt auch natürlich Spielverbesserungen. Das Update umfasst eine lange Liste an Verbesserungen. Ich lese mir nur einige vor. Verbesserte Munitionsstabe, Überlebende können jetzt mehr Munition jeder Größe tragen, damit du die Kugel nicht mehr in deinem Rucksack verstauen musst. Sehr schön. Schnellere Hinrichtungsaktionen. Die Scheinwerfer des Fahrzeugs bleiben an. Okay. Die passen also nochmal aus- und anschalten. Das ist sehr schön. Wir hoffen, die neuen Inhalte und Verbesserungsdienst-Update gefallen, dass dir diese Updates gefallen werden. Ich bin gespannt, wie es ist. Wir klicken auf Fortsetzen. So. Tauchen eine... Nein. Die kann man auf jeden Fall in der Hauptkarte anmelden. Ja, wir melden auf jeden Fall eine neue Gemeinschaft. Das Tutorial wiederholen oder das Überspringen. Und dann eine Ernst der Hauptbasis. Wir überspringen das. So, schaut mal. Das ist jetzt eigentlich die Karte, die zum DSC gehört hat. Aber die ist jetzt ins Hauptspiel implementiert worden. Und genau dahin gehen wir. Genau deshalb sind wir hier. Und genau deshalb fangen wir die neue Staffel an. Weil dieses Update jetzt endlich mit draußen ist. So. Eine angemessene Herausforderung, die nicht alle überleben werden. Ausgeglichene Gefahr und Ressourcen. Wähle deinen Schwierigkeitsgrad. Kann man jederzeit abändern, ist kein Problem. Tödlichere Zombies, größere Horden und weniger Ressourcen. Ein intensiver Überlebenskampf. Und das würde ich jetzt gerne mit euch machen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie mehr auf Albtraum gespielt. Vor allen Dingen, das ist keine Strafe für mich. Ich habe nämlich noch nichts Böses getan. Deshalb, ich denke, tödlichere menschliche Feinde, Freekorden und extreme Ressourcenknappheit ist wahrscheinlich was für die extremen Hardcore-Spieler. Wir haben das auf Standard schon durchgezockt in der ersten Staffel. Und jetzt würde ich mit euch natürlich noch eins draufsetzen. Und würde das auf jeden Fall auf Schrecken ausprobieren. Tödlich ist, wir haben dich gewarnt. Für alle, die sich das antun, besteht keine Hoffnung mehr. Aber im Ernst, wir haben dich gewarnt. Weil wir müssen trotzdem Ressourcen für unsere Gemeinschaft finden. Ich sage es immer mal wieder. Es ist dann, ich sage mal, dieses Gleichgewicht von immer mal schöne Lootrunden machen, immer mal schön was angucken und so weiter. Sofort auf Mission gehen. Es ist da nicht mehr so einfach. Es gibt deutlich weniger Autos. Es gibt deutlich weniger Waffen. Und das sieht man schon. Und ich denke, man merkt das schon von Standard zu Schrecken. Man merkt das echt. Okay? Ein intensiverer Überlebenskampf. Wir nehmen mal an. Und meine Lieben, es geht los. Es geht wirklich los. Die neue Staffel State of Decay 2. Hier auf dem Channel. Endlich geht's los. So. Weder drei Überlebende, neue Charaktere, Mitglieder, bla bla bla. Die Überlebenden von ehemaligen? Wir wollen neue, oder? Wir wollen eigentlich... Achso, mit zufälligen Überlebenden auffüllen. Genau. Nein. Nein, 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 nein. Stopp. Wir wollen mit zufälligen auffüllen. Genau. So. Technische Unterstützung und eine Schwätzerin. Kann Computer. Computer ist wichtig. Medizin und Schauspielerin. Ich sage mal, die Emma Shakespeare Schauspieler. Cardio, Geistesgegenwart kämpfen. Auch nicht schön schießen. Nicht so gut. Die können alle nicht so gut schießen, stelle ich fest. Kann kochen. Also Medizin und Computer ist mega. Flechtenkunde, Comedy, Musik, Kochen. Kochen ist wirklich gut. Mechanik. Das ist gut. Autopfleger, Fitnessboxer. Wir haben hier eine Kinderbetreuer. Ehemaliger Grufti hat vor allem Angst. Das ist auch nicht schlecht. Und hier eine Schwätzerin und bietet technische Unterstützung. Sehr, sehr schön. Vor allem kämpfen, schießen und Computer. Ich glaube, bei steigendem Schwierigkeitsgrad wird das ein bisschen, ich glaube, ein bisschen wichtiger. Diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Skills zueinander. Dass man vor allem am Anfang, ja, so genau kenne ich mich auch nicht aus, aber dass man am Anfang wenigstens so eine halbwegs ausgewogene Mannschaft hat. Und ich weiß mich zu erinnern, Staffel 1, wer dabei war, wer es gesehen hat, Computer sind schon wichtig. Weil mit Computer kann man dann diverse Items wegreißen. Das schafft dann neue Slots für neue Gebäude. Und wenn man die nicht wegreißen kann, dann sind diese ganzen Ressourcen, die es dort gibt, einfach für Müll. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Genug geschwafelt. Ins Spiel. Ich würde sagen, ich bin ganz schön nervös. Wirklich. Und wir versuchen es trotzdem relativ entspannt. Auf geht's, mein Lieben. Ja, wir wollen das auf jeden Fall wählen. Ich habe eine bessere Idee. Wir können hier, stattdessen gehen, stattdessen gehen. Ich versuche, es sieht besser aus als die letzten paar Stadt, die wir durchgebracht haben. Jetzt, dass du es erwähnt hast, es fühlt sich ziemlich gut an. Es ist entstanden. Diese Stadt ist, wo wir unsere neue Basis haben. Wir müssen nur einen Platz finden, der defensiviert ist, vielleicht mit einigen Raum, um zu expandieren. So, und damit geht's los. Die drei haben sich mal getroffen, hier unten an der Kreuzung zum Kaffeeklatsch. Da oben sind schon die ersten, da oben sind schon die ersten Zombies. Ein neues Zuhause. Schaut mal, das ist, wie es aussieht. Ja, die Gartenschwierigkeit ist auf Schrecken eingestellt. Genau. Da müssen wir nochmal gucken, wie das war mit Einstellungen, glaube ich. Äh, nee, warte mal. Gameplay, wo... Wo konnte man gleich diesen Schwierigkeitsgrad ändern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ist egal, wir versuchen es erstmal zur Basis durchzuschlagen. Ähm... Hier gibt's doch schon ein Auto. Schaut mal. Und es gibt hier auch schon... Es gibt hier auch schon Ressourcen. Das ist schon mal schön. Wir wissen sogar noch ungefähr, wie es funktioniert. Wie die Knöpfe waren und so weiter. Sofort richtig geil. Es gibt Essen und es gibt Medizin. Das ist schon mal toll. So. Wenn man auf die Karte schaut, dann sieht das dann ungefähr so aus. Schaut mal, wie viele Seuchenherzen es hier gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn. Schaut mal, hier gibt's die Schwierigkeit. Schrecken, Schrecken, Schrecken. Jetzt muss ich euch ehrlich sagen, Karte Standard. Es kann eine Weile dauern, bis du findest, was du suchst. Ich will aber Schrecken machen. Die Überlebendenverwaltung, alle Überlebenden erhalten eine Moralstrafe. Der Einfluss durch Fähigkeiten und Anlagen ist stark reduziert. Es gibt etwas mehr Einfluss und Ansehenbelohnung. Die Basisverwaltung, Anlagen und Außenposten sind teurer. Zombie-Belagerungen stellen eine ernst zunehmende Gefahr dar. Funkbefehle kosten definitiv mehr Einflusspunkte. Die Herstellung von Gegenständen ist teurer. Lassen wir. Ich hab schon wirklich damit geliebäugelt, dass wir wenigstens die Kartenschwierigkeit auf Albtraum stellen. Weil es gibt ja hier definitiv immer die Möglichkeit, alle anderen, die Gemeinschaftsschwierigkeit und so weiter und so fort, das können wir auf jeden Fall auf Standard stellen. Aber wenn wir das auf Standard stellen, würde ich sagen, um das Spelling-See aufrecht zu erhalten, sollten wir entweder die Action auf Albtraum stellen. Alle Kolosse haben die Blutseuche. Seuchenherzen sind schwieriger zu zerstören. Die Blutseuche tötet Überlebende relativ schnell. Oder das hier. Auf jeder Karte sind mindestens zwischen, sind meist zwischen 17 und 18 solchen Herzen zu finden. Oh Mist. Ja, okay. Geht's euch gut? Okay. Okay, euch geht's. Da ist noch einer. Okay, sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen weiter runterlaufen. Ich wollte mir das nur noch schnell durchlesen, aber so wie es aussieht, ähm... Sollten wir es vielleicht erst mal zur Basis... Zur Basis durchschlagen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, sicher ist sicher. Also Waffen haben wir mal gar nicht. Und wie gesagt, es ist definitiv schwieriger, Waffen zu finden. Deine Gesundheit ist voll. Ah, genau, auf M, Schwierigkeit. Und dann können wir die Kartenschwierigkeit nehmen und dann drücken wir auf an. Und auf annehmen. Und auf der Karte sind wenige Fahrzeuge zu finden. Beinahe alle Fahrzeuge sind zerstört. An vielen Orten gibt es nichts zu blündern. Und die Blutseuche auf jeder Karte sind meist zwischen 17 und 18 solchen Herzen zu finden. Moment. Wir machen dann die Gemeinschaftsschwierigkeit auf Standard. Jeder Überlebende verbraucht ein Lebensmittel. Und zum Überlagerung stellen gelegentlich eine geringe Gefahr für deine Gemeinschaft. Das würde ich gerne machen, weil ich würde meine Gemeinschaft sehr, sehr gerne zusammenhalten. Da würde ich auch sagen, dass wir dann den Schwierigkeitsgrad etwas runterstellen. Dafür würde ich ganz ehrlich sagen, nehmen wir die Kartenschwierigkeit auf Albtraum. Du reduziertst deinen niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Diese neue Einstellung bestimmt, welchen Vermächtnisbonus du am Ende des Spiels erhältst. Okay. Änderst du die Kartenschwierigkeit, wird deine Karte zurückgesetzt. Die Karte wird zurückgesetzt. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wir von neuem da nochmal beginnen müssen. Da würde ich mal sagen, gehen wir nicht so weit vorne weg. Und dann würde ich sagen, wir setzen die Schwierigkeitsgrad hier. Ah, wir müssen das so bestätigen. Okay. Gut. Das interessiert mich. Ja, ich will es jetzt wissen. Sind wir ganz ehrlich. Ich habe euch das jetzt gezeigt, was ich eigentlich vorhabe. Und ja. Okay. Rechnen damit, gegen viel mehr Seuchenherzen zu kämpfen und viel weniger Packsäcke zu kriegen. Ja, das ist richtig. Okay. Vom Seuchenherz besetzt. Das ist die Forschungsstation. Das ist das, genau. Das ist der Wahrzeichen. Ein großer. Wow. Okay. Yes, ma'am. Zwei große. Zwei große. Vier große. Wow. Okay, die ist richtig geil. Diese Basis ist mir richtig geil. Das ist der Kopfgeldjäger. Und hier unten ist, wie es aussieht, das ist die größte. Bietet zwei große. Und insgesamt 14 kleine. Und die hier bietet vier große, aber nur zwölf kleine. Kann man jetzt, ist jetzt Auslegungssache. Also entweder die oder die wird dann unsere definitive zu Hause Hauptbasis werden, oder? Was sagt ihr? Die ist auch nicht schlecht. 13 und 1. Na ja, gut. Wie ist denn die erste Mal bei uns an der kleinen Basis angelangt? Schaut mal. Wir haben, ja, wir brauchen auf jeden Fall Betten. Minimales Risiko. Das ist richtig gut. Stabil. Das ist sehr schön. Außenposten können wir natürlich zwei. Das können wir dann im Laufe der Zeit können wir das noch aktivieren. Das ist alles kein Problem. Schaut mal hier. Wir sollten diese Anlage reparieren. Und dann kriegen wir wenigstens da. Kriegen wir dann wenigstens, wie es aussieht. Kriegen wir da bestimmt erst nochmal ein paar Betten. So. Überlebenden Inventar. Das ist Medizin. Die würde ich gerne auch gleich mal deponieren. So. Und ich sag mal. Hier ist nichts zu sehen auf der Karte. Das heißt, hier gibt es keinerlei Sehenswürdigkeiten oder irgendwas. Wir müssen wirklich auf der Karte sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal ein Stück nach Norden. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal hier in der Umgebung um. Ob es irgendwas gibt. Ob wir irgendwas mitnehmen können und so weiter. Schaut mal. Hier gibt es Munition. Ein Energy Drink. Schmerzmittel. Ja gut. Alles schick. Hier unten war gerade die Dings drin. Genau. Die Militärhütte wird auf jeden Fall ausgeführt. In 1,30 hätten wir dann wenigstens mal drei Betten. Das ist dann gar nicht so schlecht. Hier ist das Lager. Das ist eingebaut. Und wir haben zwei kleine Slots. Das war's. Zwei kleine, kleine Slots. Also wir sollten auf jeden Fall die Werkstatt bauen. Damit haben wir in der letzten Staffel schon super, super Erfahrungen gemacht. Vor allem gerade in Bezug auf Granaten, in Bezug auf Munition, in Bezug auf Waffen. Ganz klar. Und dann müssen wir uns wirklich mal entweder Verteidigung und Versorgung. Versorgt die gesamte Basis mit Wasser. Auch nicht schlecht. Anführerprojekte. Okay. Das ist dann später. Moral und Training. Können wir auch mal Ressourcenproduktion. Das bietet zum Beispiel städtäglich Lebensmittel bereit. Auch nicht schlecht. Eine Brennerei gibt es auch. Hier gibt es die Hydrokultur. Das könnten wir bauen. Da brauchen wir aber deutlich mehr Ressourcen. Oder wir bauen die Krankenstation. Ja genau. Wisst ihr was wir machen? In die zwei Slots. Wir sehen uns draußen um und bergen noch ein paar Baumaterialien oder Baustoffe. Und dann würde ich sagen, bauen wir die Krankenstation und die Werkstatt. Und dann hätten wir unsere kleine Basis erstmal wenigstens ein ganz kleines bisschen auf Vordermann gebracht. So. Wie sieht es denn hier draußen aus? Ah, hier geht es raus. Okay. Sehr schön. Ich melde mich aus der Innenstadt von Marshall. Ihr werdet mich bald kennenlernen. Okay. Wir müssen einen Errichter einen Wachturm. Das Problem ist, wenn wir einen Wachturm errichten, können wir entweder keine Krankenstation bauen oder keine Werkstatt. Dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich hätte gerne, ich hätte gerne die zwei. Weil das hätte ich sehr, sehr gerne. Weil wir haben hier sonst nichts. Also sollten wir uns wirklich aufmachen. Wir sollten uns wirklich aufmachen. eine größere Basis, eine größere Basis zu suchen. Dafür bräuchten wir dann mindestens mal noch einen Überlebenden mehr. Und das wäre nur die hier. Das wäre wirklich nur die hier. Und wer sieht auf der Karte, wir sehen gar nichts. Wir sehen nichts. Bedrohung, schaut mal. Das sind vier solchen Herzen, die außenrum sind. Vier Stück. Wow. Hier sind zwei. Das sind auch zwei. Okay, so wie es aussieht. Der Schwierigkeitsgrad ist ein ganz gleiches bisschen angezogen. Sehr, sehr schön. Mega. Gut. Das ist eine verbündete Enklave. Okay, alles klar. Wir sehen uns trotzdem draußen um. Ich würde sagen, raus hier. Ja, was brauchen wir als erstes? Wir bräuchten auf jeden Fall. Uh, schaut mal da drüben. Ach ja, das war das ja mit der Brücke, ne? Das ist die eingestürzte Brücke. Aber da, wie es aussieht, ist ein Professorium oben drüber. Okay, hier unten. Ja, okay. Wir laufen auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall alleine. Das ist gut. Bei drei Mann ist es am Anfang gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen alleine ist. So kann man deutlich besser den Zombies ausweichen. Denn, ihr müsst, was heißt ihr müsst? Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass die Zombies haben eine deutliche höhere Reichweite. Also die hören mehr. Vor allem die mit den roten Augen. Die diese komische, wie heißt es, diese Seuche haben. Diese Blutseuche. Auf die sollte man auf jeden Fall, auf die sollte man auf jeden Fall acht geben. Hier oben sind wir relativ sicher. Und wir können schon mal gucken. Wir warten das gleich. Ne, das ist kein, das ist kein Turm, das ist kein, die Hochbürger. Das ist kein offizieller, das ist kein offizieller Turm leider. Oh, okay. Und das gibt es immer noch. Wenn man in eine komische Kameraposition ist und drückt nach unten, kann das auch sein, dass der Protagonist nach oben läuft. Sehr schön. Oder nach oben wieder klettert. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht gibt es irgendwas in die Autos. Hier geht es auf jeden Fall nett rein. Ja, wie es aussieht. Oh, schaut mal, da vorne ist ein Auto. Das ist auf jeden Fall beschädigt. Das könnte man reparieren. Bald. Ich sage mal bald. Das hier vielleicht. Ein Freund in Not. Ich wette, wir haben ein paar Dinge, die unseren Nachbarn gefallen würden. Übernimmt die Kontrolle über Raven. Machen wir gleich. Koffer hat leider nichts. Aber schaut mal, sechs Slots im Kofferraum. Das ist richtig gut. Hier gibt es auch noch einen Aussichtspunkt. Sehr schön. Und hier oben sind wir ja gestartet. Okay, also sind wir automatisch zur Basis hochgelaufen. Auch nicht schlimm. Okay, hier gibt es nichts. Oh, ja. Hier unten sieht aus, wie wenn wir was noch kunden dürfen. Mal sehen, ob das noch funktioniert. Ja, das geht noch. So, der hat uns auf jeden Fall gehört. Der rennt jetzt zu seinem Kollege. Okay, das geht definitiv nicht mehr so einfach. Das geht echt nicht mehr so einfach. Da müssen wir jetzt wirklich, ähm, da müssen wir wirklich aufpassen, was wir machen. Da müssen wir echt aufpassen, was wir machen. Dieser Ort kann folgendes bieten. Zwei verschiedene Sachen können wir hier looten. Und jetzt müssen wir echt aufpassen, auch, ähm, die linke Shift-Taste sollte, wenn es irgendwie möglich ist, bitte nicht gedrückt, äh, bitte nicht gedrückt lassen oder gedrückt werden. Und das ist dann das nächste kleine Gimmick in dem Schwierigkeitsgrad. Hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört? Irgendwo rennt noch einer rum. Irgendwo rennt noch einer direkt gleich in der Nähe rum. Schauen wir auf jeden Fall erst einmal in den Kofferraum. Hab ich schon gesagt, dass ich so leicht ein bisschen nervös bin, auch aufgrund des erhöhten Schwierigkeitsgrads und so weiter und so fort. Aber wir wollten es ja. Und ich sage euch, es ist immer noch ein geiles Spiel. Es ist immer noch ein geiles Spiel. Gerade mit dem Update. Ich habe mich so auf das Update gefreut. Ich habe bloß noch nicht die Zeit gehabt, wirklich, ähm, hier reinzugucken, mal reinzuschnuppern. Und zu sagen, ist es was oder ist es nichts? Und ich sage euch, das ist definitiv was. Und vor allen Dingen, die Herausforderung ist ja wirklich einzigartig. Mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad wird das alles noch eine ganze, ganze Ecke schlimmer. Wir haben hier übrige Zombies. Wo sind denn noch übrige Zombies? Ah, schaut mal, hier haben wir auch zwei Sachen, was wir plündern dürfen. Oder was wir zumindest erstmal untersuchen dürfen. Ja, für die erste Folge machen wir auf jeden Fall heute ein bisschen länger. Oh, es gibt schön, es gibt Benzin. Sehr schön. Nach dem Energy-Trink ist das mit das erste Item, was wir eingesammelt haben. Und hier gibt es schon Michelle Mikai. Und hier gibt es noch alle neue Editions zu unserer Trumbull-Familie. Before ich angefangen habe die Netzwerke, ich lebte in Trumbull. Also, als ich hier bin, das Valley wird immer jemanden da sein, um dich vorzunehmen. Und das jemanden ist mein guter Freund, Raymundo Santos. Wenn du musst, Ray ist der Typ zu sehen. Er ist da, Lilly. Ich bin kein Miracle-Werker. Und ich denke, dass es in der Nacht hier noch schlimmer wird. Wir haben ja damals festgestellt, gefühlt, während in der Nacht die Zombies, irgendwie kommen die Zombies da mehr raus. Ähm, wie am Tag. Und ich denke, dass das jetzt hier durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad, dass das noch ein bisschen schlimmer wird. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ich denke aber, wenn schon Horten kommen, dann werden die definitiv nicht ohne. Das schwöre ich euch. So, hier hinten ist die Brücke. Ja, wie gesagt, auf der Suche nach Ressourcen. Ähm. Hier hinten gibt es schon das nächste Auto, aber ich glaube, damit dürfen wir nicht fahren. Ist aber auch nicht weiter so schlimm. Okay, hier rennt schon mehr rum. Hier rennt schon mehr rum. Schaut mal. Okay. Okay. Schön langsam, schön langsam. Schön langsam. Hier drüben ist nämlich auch einer. Hier drüben ist auch einer. Ah, das ist gerade nicht gut. Sollten wir mal vielleicht, wenn es... Okay, hier sind auch welche. Vielleicht bin der... Vielleicht bin der eine nette Zombie, der irgendwie dreht, wäre das gut. Und, dreht er? Na, geh haben. Weil wenn wir die dann alle mit einmal... Äh, nicht so toll, ne? Da drüben ist schon mal was. Da drüben ist schon Loot. Schaut mal. Eine geht weg. Okay, die eine geht wieder hinter. Das ist schön. Oh, okay. Wir müssen hier dann auch zusehen, dass wir auf jeden Fall verschwinden. So, was macht er? Der hat wieder rumgedreht. Den erwischen wir. Leute, den erwischen wir. Zack. Jawohl. Geil. Tschüss. So, dann würde ich sagen, machen wir den hier. Nein. Machen wir eben nicht. Ja, wenn wir eine Waffe hätten, wäre das alles ein bisschen komfortabler. Ganz ehrlich. Aber das würde ja die Spannung ein bisschen kaputt machen. Okay, die kreuzen auf jeden Fall. Und der Zombie danach wäre die größere Bedrohung, sage ich jetzt mal. Deshalb würde ich sagen, du zuerst. Und dann du. Sehr schön. Okay. So, wie es aussieht, kommt der hier raus. Wir müssten hier irgendwie drüber klettern, aber über den Zaun so drüber klettern, das bringt nichts. Ah, schön. Schaut mal, schaut mal. Die ist rumgedreht. Machen wir gleich. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Ah, hier hin ist dann auch mal noch einer. Ja, die Lootboxen, die werden, wie es aussieht, ein bisschen wertvoller, ne? Jawoll. Das sieht so ähnlich aus wie die Killcam. Aber schon geil. Gut. Okay. Dieser Ort kann folgendes bieten. Munition. Ja, ich hätte gerne was zu essen. Das war gut. Aber Munition haben wir auch keine mehr, haben wir festgestellt. Deshalb bergen wir mal Munition. Nein, leider nicht. Ist der... Ja, der ist leider kaputt. Hier gibt es leider gar nichts zum Aufheben. Schade. Ja gut, das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja noch nicht fertig mit Munition. Hier vorne geht es ja weiter. So. Ist das da vorne schon ein Juggernaut? Bitte nicht. Ach nee, oder? Also wenn wir Glück haben, bekommen wir die zwei gleich nacheinander. Ja. Oh, da drüben ist auch noch einer. Den haben wir gar nicht gesehen. Los, mach hin, mein Freund. Okay, sehr schön. So. Ja, es ist ja durch den Schwierigkeitsgrad. Ich stand ja nach wie vor dort. Wir müssen aufpassen, was wir machen, weil... Oh, jetzt kommt der hier. Wir sollen aufpassen, was wir tun, weil... Es gibt deutlich, natürlich mehr Orte zum Entdecken, aber... Weniger Orte, wo was drin ist. Also müssen wir dann mit allem wirklich haushalten. Wir müssen mit allem aufpassen, was wir tun, was wir machen. Hier ist aber kein solchen Herz, ne? Funktioniert die Taschenlampe noch? Jawohl, die funktioniert noch. Ist auch gerade kein Zombie in der Nähe. Schaut mal, Container durch so sechs Stück. Sechs Stück. Aber soll irgendwas dabei sein, oder? Bisschen Platz im Inventar hätten wir auch noch. Da gibt es wieder Benzin. Und wir skillen ein bisschen. Das ist sehr gut. Ja, ein Krug mit Pestizid. Einer Mord mit dem Garten. Das ist schön. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer. Ich sage mal, auch nach dieser kleinen Tour bis hierher, würde ich sagen, haben wir mal nach der Brücke sehr, sehr viele tolle kleine Locations hier kennengelernt. Den Außenposten hier oben an der Brücke haben wir kennengelernt. Und ein Western-Strohut. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns wieder hier. Weil ich kann sie hören. Entweder hinten draußen. Aber ich kann sie definitiv hören. Ach, nein. Da könnten wir wenigstens das Auto reparieren, ne? Wie kann man das konsumieren? Schaut mal hier unten verwenden. Und dann nimmt man öffnen und dann, genau. Ja, ich kann sie nämlich auch riechen. Und ich weiß aber nicht, wo sie sind. Und wir haben irgendwo, entweder haben wir irgendwo was vergessen, was übersehen. Da draußen. Schaut mal, da draußen sind welche. Eine Benzin-Ressource. Sehr schön. Uns fehlt noch. Uns fehlt, ne. Der Container hat dazu fünf gezählt, oder ist das schon der Sechse? Ne, das ist doch Fünfter, ne? Ja, Energy-Trink brauchen wir erstmal nicht. Jawohl, okay. Wir haben alles erkundet. Leute, wir haben alles erkundet. Mega. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mit dem ganzen Gepäck laufen wir auf jeden Fall mal zurück. Alles klar. Okay, also wie es aussieht, ähm, wir sind ganz schön bepackt. Und das kostet ganz, ganz schön Ausdauer. Hier muss noch einer sein. Ich wollte es gerade sagen. Okay, das war's. Ja, hier müssen wir echt langsamer machen. Also, man merkt's durch diesen, schon durch diesen erhöhten Schwierigkeitsgrad, ist es dann tatsächlich so, dass wir, uah, dass wir, ähm, dass wir schon von deutlich weiter weg von den Zombies wahrgenommen werden. Weil, selbst diese, mit diesen komischen gelben Augen hier, was ihr gerade gesehen habt, ne, selbst diese nehmen uns schon deutlich, deutlich, ja, deutlich früher war. Mhm. Und jetzt? Ja, bei uns ja. Alles klar. Oh, sehr schön, danke. Wenn wir jetzt diese Karre hier unten reparieren. Die hat aber auch kein Benzin mehr, oder? Boah, die ist ja richtig lädiert, das Auto. Genau, den würde ich gerne mal reparieren. Schön. Das Problem ist, der ist immer noch ganz schön... Wie sieht's denn aus mit Sprit? Ah, wir können hier auftanken. Ist ja cool. Wir können hier sogar schon auftanken. Geil. Ja, würde ich sagen. Nehmen wir den. Ja, damit locken wir nämlich jetzt die Zombies an. Und Achtung, die Autos gehen schneller kaputt, ne? Wow. Ich hab's gesagt. Da kommen ganz schön viele. Aber... Ah, okay, okay. Wir sollten auf jeden Fall... Also, das ist jetzt da unten ein kleines Krüppchen. Okay, das sehe ich ein. Wenn wir eine Granate hätten oder sowas, das wäre geil. Ah, das würde mich so reizen. Okay, egal. Mal gucken. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch und... Also, ein Auto steht definitiv da oben, das ist kein Problem. Ach, schaut mal. Bisschen zu essen haben wir. Ressourcen haben wir auch. Und jetzt bekommen wir Benzin. Es fehlt leider Munition. Aber das ist kein Problem. Ähm, ein Packsang entnehmen. Benzin, bla bla bla. Kein Thema. So, meine Lieben. Jetzt würde ich vorschlagen, da wir hier angefangen haben, machen wir hier weiter. Die erste... Ja, das stimmt. Ähm, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ähm, wir haben die erste Basis bezogen. Oh, hier unten kommt schon so ein Kreischer. Okay, alles klar. Das geht schneller hier, wie wir gedacht haben. Haben schon die ersten paar Locations entdeckt. Schaut mal, hier gibt es Benzin. Hier oben ist... Ich weiß nicht, was es da gibt. Auf jeden Fall ist das eine permanente Schutzzone. Die würde ich dann mit euch auf jeden Fall in der nächsten Folge mit anschauen. Was solltet ihr noch davon? Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und, äh, wie gesagt. Wenn ihr irgendwas habt, sehr, sehr gerne. Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich lese mir alles sehr, sehr gerne durch. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war Folge 1 vom neuen Update mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad hier auf unserem Channel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Zanto. Ciao, ciao.